Die App GeoGebra 3D möchte ich auf dem Handy analytische Geometrie betreiben, also die App öffnen, hier bei Eingabe draufklicken und dann kann ich was eingeben. Ich fange mit Punkten an, also Punkt ist ja Klammer 1,2,3 und das ist einfach Klammer und Ziffern und Komma und dann, wenn ich das mit Return abschließe, dann wird auch sowas dann ein echter Punkt. Dann hat GeoGebra hier einen Punkt eingezeichnet. Das habe ich jetzt dreimal gemacht und dann gibt es diese drei Punkte. Jetzt will ich mehr, wieder auf Eingabe, ich möchte eine Ebene eingeben. So, also hier und da ist der Cursor und jetzt auf die drei Punkte, weil ich nicht nur Punkte haben möchte, sondern Ebene. Dann erscheint, gibt es Möglichkeiten, dann erscheint dieses 3D und ich gehe hier auf Ebene. Alles andere läuft ähnlich, ich erkläre einfach mal die Ebene und ich empfehle auf dieses Fragezeichen zu klicken, weil nicht immer klar ist, wie will GeoGebra das gehabt haben. Wenn ich am Fragezeichen bin, stelle ich fest, ich kann durch diese drei Punkte eine Ebene machen, indem ich sie immer durch Komma trenne. Es gibt auch Ebenen durch zwei Geraden, Punktgeraden, alles mögliche. Also ich gebe die Ebene rein und hier müssen die drei Punkte rein, so wie es hier ist mit Großbuchstaben. Sonst gibt es Parameter. Wenn ich das gemacht habe, wieder Return und dann liefert mir GeoGebra hier schon mal die Ebenengleichung in Koordinatendarstellung und hier ist die Ebene und ich kann die auch mit den Fingern so rumziehen und mir das damit schön vorstellen, so dreidimensional und kann schauen, ob sich die wirklich schneiden, irgendwie zwei, drei Ebenen.